Hi Freunde! Willkommen zurück in Waveform! Mit dem Uranus und dem Hyperraum! Nein, dem Tiefenraum! Ähm, Play! Nicht Hyperraum, sondern Tiefenraum! Wie komme ich hier jetzt auf eure Hyperraum? Name Keno! Punktzahl 14 Millionen! 15 Millionen knappe! Höchstpunktzahl! Oh je, oh je, oh je! Das ist ja jetzt noch einfach... Noch! Nicht mehr! Es war mal einfach, aber jetzt ist es nicht mehr einfach! Das ist scheiße! Oh, oh, oh oh, 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 oh.. Wie hätte ich das denn jetzt kriegen sollen? So lange ich das scheiß böse Zeug hier nicht einsammle, ist alles gut. Alles gut, alles gut. Egal. Egal! Oh man, oh man, oh man! Ja, das ist doch echt für einen Aschier. Was soll die Kange? Oh man! Nein! Ich dachte schon, ich bin wieder für einen Arsch hier. Oder am Arsch. Oder im Arsch, besser noch. Ohohohoho. Ihr seid doch echt krank hier. Ich blitz nicht mehr! Ich blitz nicht mehr! Ich blitz nicht mehr. Oh man, oh man, oh man, oh man! Oh man, oh man, oh man, oh man! Oh man, oh man! 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 Oh man, oh man, oh man! Oh man, oh man! So 할게요! Oh man, oh man! Ich habe es erwischt, aber es hat nichts ausgemacht, war nicht schlimm, war nicht schlimm. Alles gut. Nein, nein, nein. Verdammt, 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 verdammt. Ich bin so schlecht, ich bin so schlecht. Was soll denn jetzt das Ding hier? Immer noch bin ich am Leben. Ähm, so. He he. Okay. Noch lebig, noch lebig, noch lebig, noch lebig. Wer weiß wie lang, wer weiß wie lang. Ähm. Okay, nein, das ist gut. Haha. Oh. Ei, 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 ei. Bohh. Boah! Das ist doch echt für'n Arsch hier! Ach! Huhuhuhuhuhu! Nein, nein! Oh, scheiße, jetzt ist das Ding wieder weg! Bloß kein Scheiß-Bohnen krieg, bloß kein Scheiß-Bohnen! PLUS KEIN Scheiß-Bohnen! Jetzt habe ich wieder eins. Wenn das immer so weiter geht, dann ist alles gut. Scheiße war's. Oh man. 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 Nein, nein, nein. Nein. Level 11. Wie lange habe ich denn überlebt? Ja, das interessiert mich jetzt gerade nicht. Und? Nummer 302. Wow. 224.000 Punkte. Und wie lange habe ich überlebt? Sieben Minuten. Oh man. Es kam mir gerade irgendwie vor, als ob ich mindestens 20 Minuten überlebt hätte, aber nur 7 Minuten. Ohhhh. EFLORs Statistik Rang 301. Und wer ist EFLOR? Und wieso lädt es jetzt nicht? Hallo. Hallo. Jemand zu Hause? Hallo. Ladebalken. Bist du da? Nein. Spiel abgeschmiert. Da geht nichts mehr. Die Sterne bewegen sich zwar noch, aber sonst nichts. Oder? Bewegt sich da mal Ladebalken? Minimal vielleicht? Nein. Nein. Da geht nichts mehr. Da ist das Spiel abgeschmiert, glaube ich. Irgendwie so halbwegs zumindest. Und ja, dann sage ich mal hier mal kurz mal Tschüss. Und wir sehen uns dann morgen wieder, wenn es hier weiter geht. Ich hoffe, das Spiel ist jetzt nicht für den Arsch. Naja, für den Arsch ist es bestimmt, aber nicht kaputt. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.